So und damit hallo und herzlich willkommen zu Team Deathmatch, Wackhand, Cut 4. Let's go. Ok, ja. Hast du Hunde an den Park? Was? Ähm, ähm. Löffel. Hol. Puh. Puh. Ich bin Chakon, aber bis zum Ziel sogar. Das ist gerade übel auf dem Weg. Unsere Drohne ist einsatzbereit. Oh, hohoho. Gott. Ja, gut. Ja, ich spiel ne Loot-Bug. Okay, nachwarten. Ja, schon wieder. Ich hab den gemessert. Was? Meine Fresse. Bist du an der Waffe? Das geht ja überhaupt nicht. Stürb. Ey, wie süß. Ich hab den gemessert. Ich hab den gemessert. Ich hab den gemessert. Ich hab den gemessert. Was ist denn da? Ich hab den gemessert. Ich hab den gemessert. Die Bände. Ja. Dann kriegst du den Abgeschoss. Ja. Unsere Drohne ist einsatzbereit. Erklärungsdrohne bereit. Verwöhnen. Unser Drohne ist einsatzbereit. Unser Drohne ist einsatzbereit. Unser Drohne ist einsatzbereit. Unser Drohne ist einsatzbereit. Oh mein Gott. Alter. Unser Drohne ist einsatzbereit. Ey, was ist denn los heute? Ich hab das nicht gesehen, ich hab das nicht gesehen. Okay. Wie gesagt, das erste Runde heute am Tag. Alter. Ja, komm. Scheiße. Was? Wieder mich droppt, ne? Nicht überhaupt nie. Ohhhh. Das geht schon wieder los. Das ist mit der Schwert. Das sagt ja jeder. Das ist echt dumm. Richtig dumm. Das ist echt dumm. Ohhhh. Diese Connection, Mann. Warum finde ich denn nur noch den scheiß Server, Alter? Jaaaa. Press. Alter. Schau, ich bin fremdlich, Alter. Raus. Ist doch neinsauber. Es kann es doch keinem geben, Alter. Good kill house, hab ich keinen Bock drauf. Ähm. Bock. Naja. Bock. Broadcast. Crash. Nimm auf. Crash. Crossfire. Wieder die Map. Ich hasse die Map eigentlich. Und da ist doch, da ist doch Max, da. Gott, wollen wir mal ein bisschen aufräumen hier, beziehungsweise. Sorry. Sorry. Versuchen. So, so. Alles geile ist, ich bin mit Totenstille, ne? Und hör mal eine iPhone schon trotzdem. Was ist das denn? Ah, Max. Ah. 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 нее. Jörg. Na klar, ne? Beide. Ja gut, das Spiel ist halt. Kann man jetzt sagen, was man will wegen Hackern? Ich finde es lächerlich. Das ist doch schon wieder so dumm. Ich könnte schon wieder quitten und hab keinen Bock mehr. Nur gegen Hacker zu spielen in diesem verdammten Spiel ist so genial. Du triffst nur noch Hacker. Ja. Na gut, ich mach ja Schluss. Also, haut rein. Danke schön. Danke schön.